mein name ist nils und ich zeige euch meinen tagesablauf morgens um 5 uhr fahre ich 65 kilometer nach hamburg zur arbeit als konstruktionsmechaniker arbeite ich bei der hamburg hochbahn zu einer meiner tätigkeiten gehört das schweißen auch auf u-bahn heilestellen habe ich arbeiten zu erledigen der mittagspause werde ich von meinem nachbarn gefragt ob ich nach feierabend unterstützen kann um 15.30 geht es die 65 kilometer wieder zurück nach hause aufs dorf da mein nachbar nur wenige hundert meter weg wohnen ist es mit dem fahrrad leicht zu erreichen schon als kleines kind kam ich bei ihm auf dem hof regelmäßig und somit bin ich in der landwirtschaft groß geworden zu meinen hauptaufgaben zählt das bearbeiten der ackerflächen wie hier zu sehen das pflügen als abendabschluss geht es hinterm haus noch mal auf die jagd ich habe die perfekte verbindung zwischen stadt und land gefunden die perfekte verbindung stadt land plus ja 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 Bis zum nächsten Mal.